Kapitel 1. Drei Ganoven in Ihrem leeren Restaurant. Kannst du mal aufhören, unseren Champagner zu saufen, Mann? Kristall. Was? Das ist kein Champagner, das ist Kristall. Und außer mir trinkt ihr mir eh keine. Das ist ein leckerer Burger. Der ist nicht von mir. Nee, der ist von dem Neuen da draußen. Gauenganoven. Genuss mit Schuss.